Hallo, heute zeige ich euch, wie man am einfachsten Kartoffeln knallschneidet, wenn man zum Beispiel einen Kartoffelsalat oder Bratkartoffeln machen möchte. Normalerweise schneidet man sehr lange an einer Kartoffel, bis man sie in Scheiben geschnitten hat. Es ist sehr mühselig und macht viel Arbeit. Dies ist die herkömmliche Methode. Die Scheiben werden dadurch sehr unterschiedlich dick. Mit diesem neuen Trick könnt ihr die Kartoffeln gleichmäßig und viel einfacher schneiden. Ihr nehmt einfach einen herkömmlichen Eierschneider, legt die Kartoffel hinein und drückt wie bei einem Ei den Schneider herunter. Nun sind die Kartoffeln alle gleichmäßig geschnitten. Probiert es einfach aus, lasst mir ein Like da, wenn euch der Beitrag gefallen hat und abonniert meinen kostenlosen Kanal. Damit ihr immer die neuesten Videos sofort erhaltet. Bis bald!